Das kann man pfeifen, sollte man auch gegen Beinstellens. Also Strafe gegen Ingolstadt, da machst du dir den Vorteil kaputt, den du gerade hattest. Jerry D'Amigo. Und wir schauen nochmal auf diese Szene. Kindl, Achtung, Kindl fällt. D'Amigo fickt die Strafe. Was macht Kindl? Steht auf. Das haben wir gerade erst erfahren. Jetzt geht er in zum Schiedsrichter, nimmt ihn zur Seite und erklärt ihm, ich bin ausgewutscht. Das ist keine Strafe und das in dieser Situation. Das ist Fair Play. Und zwar allerhöchsten Respekts. Es könnte mit allen passieren. Es ist eine von diesen Situationen, wo der Fulver versucht, dich aufzunehmen. Ich versuche, mich zu erheben. Ich fühle mich nicht, dass er mich aufzunehmen hat. Und dann, wenn ich mich in der Situation, dass der Mann, der da gegen dich ist, wird aufzunehmen, für eine Penalte, ist das nicht fair. So, ich habe sofort gesagt, dass er mich nicht aufzunehmen hat. Es war mein Fall. Ich habe mich aufzunehmen. Ich habe mich aufzunehmen. Ich habe mich aufzunehmen. Ich habe mich aufzunehmen, dass es nicht eine Penalte war.